Willkommen zu einer neuen Folge dieser Amazon FBA Schritt für Schritt Serie auf YouTube als auch als Podcast. Und in dieser Folge geht es jetzt um die Analyse und Optimierung unserer PPC-Kampagnen. Wir haben verstanden, wie PPC geht. Wir haben die Ziele festgelegt. Wir haben eine Kampagne aufgesetzt. Wir verstehen, wie wir es messen können. Jetzt müssen wir was aus diesen Daten, die wir gemessen haben, machen und Konsequenzen ziehen. Und jetzt heißt es einmal optimieren. Und wie schon auch in der letzten Folge gesagt, kommt es auch das Ziel darauf an, in welcher Phase des Lebenszyklus befinde ich mich gerade. Befinde ich mich im Launch? Befinde ich mich in der Etablierungsphase? Befinde ich mich in der Cruisingphase? Befinde ich mich schon wieder in der absteigenden Phase? Also wo bin ich gerade? Das müsst ihr für euch einfach dann interpretieren und mit einbringen. Aber nichtsdestotrotz möchten natürlich die Kampagnen auch unabhängig davon, ob wir jetzt eher Richtung Break-Even gehen wollen oder Richtung Profitabilität gehen wollen, irgendwie anpassen. Und darum geht es jetzt. Vorab, PPC-Optimierung ist ein Thema für sich. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich jeden Tag acht Stunden nur mit PPC. Es gibt super viele Agenturen. Es gibt Zeller, die machen das selbst. Es gibt Zeller, die nutzen eine Agentur. Es gibt Zeller, die haben Mitarbeiter dafür eingelernt. Ja, Riesenthema. Es gibt kein Richtig und Falsch. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Ding und dementsprechend mit Vorsicht genießen. Aber ich möchte euch heute eine Handlungsanweisung an die Hand geben, die einfach so als Basis praktikabel umzusetzen ist und einfach 80% schon mal abdeckt. Amazon sagt, alle Werte, also die ihr jetzt im Backend bei Amazon zur Werbung bekommt, wir haben letztes Mal über Messen von PPC gesprochen, Impressionen, Klicks, Klickrate, Werbekosten, Verkäufe, A-Kost, H-Kost und so weiter. Amazon sagt, alle Werte sind als Schätzungen zu verstehen. Denkt man sich erstmal, what? Kannst du mir keine richtigen Daten geben? Das liegt daran, die Messung der PPC KPIs ist bis zu 12 Stunden erstens mal delayed, also verspätet. Einfach bis Amazon die ganzen Daten richtig gesammelt hat, getrackt hat und so weiter. Dann kommen noch solche Sachen dazu, dass Zahlungsausfälle, Stornussen und so wieder entfernt werden. Das heißt, es dauert einfach ein bisschen, bis die Zahlen wirklich korrekt sind. Plus, Zuordnung von Sales kann bis zu sieben Tage dauern. Ja, das heißt, wenn jemand vor sieben Tagen auf eine Kampagne klickt, sich dann entscheidet, in den Urlaub zu fahren, dann kommt er am Sonntagabend zurück, sagt, oh Moment, da wollte ich doch irgendwas kaufen, geht dann nochmal rein und kauft, wird dieser Kauf deiner Kampagne, also dem Klick von vor sieben Tagen zugerechnet. Das heißt, es bringt dir gar nichts, zu schauen, wie war mein PPC gestern. Ja, als Tendenz vielleicht schon, aber es kann sein, in der Woche kommen noch 100 Sales dazu. Einfach, weil die noch zugeordnet werden zu diesem ersten Klick, dem ersten Touchpoint praktisch als Werbe-Touchpoint. Deswegen, wenn ihr optimiert, und das machen die meisten eher so im 14- bis 30-Tage-Rhythmus, je nachdem, welche Phase, am Anfang vielleicht ein bisschen früher. Nichtsdestotrotz, es ist nicht unbedingt sinnvoll, die letzten sieben Tage zu optimieren, sondern erst in den letzten sieben Tagen auszublenden, weil einfach falsche Daten da sind. Vielleicht hat ein Keyword noch 10 Sales gemacht und ihr schmeißt das raus, obwohl es noch gar nicht alle Daten hat, sozusagen. Deswegen da aufpassen und das einfach im Kopf haben. Wenn wir jetzt trotzdem mal die Daten angucken, und wie gesagt, am Anfang schaut man es öfter an, mit einer höheren Frequenz und später immer mit einer kleineren Frequenz, wenn schon viel optimiert ist, muss man natürlich Entscheidungen treffen. Und ich werde euch jetzt verschiedene Szenarios an die Hand geben und eine Maßnahme dazu. Auch um das vorab zu sagen, es ist so ein komplexes Thema, dieses Optimierungsthema und es aufsetzend Thema und so weiter und so fort. Wir haben im Startup-Programm dazu ein Modul mit über 30 Videos, die nicht gerade kurz sind. Dementsprechend Analysen und Optimierung von Kampagnen ist wirklich sehr, sehr krass. Und das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich möchte euch jetzt kurze, knackige Anleitungen dazu geben. Aber ja, wenn ihr wirklich da hundertprozentig sein wollt, jemand, der mal drüber schaut und das optimiert und ihr alles genau verstehen wollt, können wir das nur im Startup-Programm machen. Ist halt so, soll es auch keine Werbeveranstaltung hier sein an der Stelle. Wir versuchen, so viel Free-Content wie möglich rauszuhauen, dass jeder das selber hinbekommt. Wenn ihr Begleitung möchtet, bieten wir euch das auch kostenpflichtig an. Gut, Szenario 1, Kostenanteil zu hoch, Klickpreis zu hoch, Sichtbarkeit gut. Das heißt, Kosten sind zu hoch, Klickpreis ist auch hoch, Sichtbarkeit ist gut. Dann kann man anfangen, das Gebot mal zu testen, zu reduzieren. Also wenn alles top ist, also außer der Kostenanteil, also wenn Klickpreis hoch ist und Sichtbarkeit ist trotzdem gut, alles läuft gut, dann kann man so ein bisschen runterschrauben und schauen, wo ist die Grenze, dass es immer noch gut läuft, aber langsam anfängt, schlecht zu laufen. Also man muss hier diesen Sweet-Spot finden. Zweites Szenario, Kostenanteil zu hoch, Klickpreis hoch, aber Sichtbarkeit schlecht. Gleiches Szenario wie eben, nur dass die Sichtbarkeit schlecht ist. Dann ist die Frage, Anzeige unprofitabel, Werbeplatz kompetitiv. Ist das überhaupt relevant? Wie ist die Aussicht von diesem Keyword? Gebot reduzieren, halten oder erhöhen? Ja, ist schwierig zu sagen. Also hier, wenn die Sichtbarkeit schlecht ist, ist halt die Frage, warum ist die Sichtbarkeit schlecht? Und da muss man einfach ein bisschen dran umspielen. Drittes Szenario, Kostenanteil noch nicht optimal, aber annähernd gut. Gut, dann Gebot testweise erhöhen oder eben senken, je nachdem, wo ihr eben hin müsst. Und dann die Entwicklung tracken, in 14 Tagen nochmal reingucken. Also es macht auch Sinn, einfach zu bestimmten Keywords euch Notizen zu machen, zu sagen, hey, das habe ich vielleicht optimiert, das bin wegen und da schaue ich in 14 Tagen nochmal drauf. Dann natürlich so das beliebteste Szenario, mehr als 15 bis 20 Klicks und kein Verkauf. Heißt, das Ding wurde, das Keyword wurde 20 Mal geklickt, kein Sale ist entstanden. Dann ist die Frage, ist dieses Keyword wirklich relevant oder ist diese Anzeige wirklich relevant? Auch wenn wir Richtung Sponsored Brands denken, mit Überschriften und Bildern und so weiter. Wenn es moderate Klickkosten sind, kann man es noch ein bisschen laufen lassen und beobachten, aber wenn es zu teuer ist, abschalten. Wenn es nach 15 Klicks keinen Sale gemacht hat, ist es nicht das ultra relevante Keyword für euch. Wird einfach nicht passieren. Also, ja, also so eine ultimative Wahrscheinlichkeit, also es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, aber die ist sehr gering. Wenn ihr jetzt nicht sagt, dass es mein Hauptkey wird, das kann nicht sein, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr es abschalten könnt. Nächstes Szenario, ACOS sehr gut, Sichtbarkeit noch nicht optimal. Dann einfach mal das Gebot testweise erhöhen. Mehr Sichtbarkeit führt da vielleicht noch zu mehr Verkäufen. Sichtbarkeit gut, Klickrate aber gering und hohe Kosten oder die Relevanz der Anzeige ist fragwürdig. Dann natürlich logischerweise die Relevanz der Anzeige, das Keyword zu hinterfragen und entsprechen mindestens 60% der Ergebnisse auf der SERP-Seite dem Produkt. Suchen die Kunden vielleicht was anderes, also passt das überhaupt zusammen, das mal hinterfragen. Nächster Fall, Impressionen sind einfach zu gering, also es wird gar nicht ausgespielt irgendwie. In der Anfangszeit einfach mal abwarten, eine ruhige Kugel schieben. PPC dauert eine Weile, bis es wirklich richtig läuft, bis auch alle Keywords mal richtig ausgespielt werden. Auch hier nochmal der Hinweis, nicht zu viele Keywords in eine Kampagne packen. Ansonsten mal das Tagesbudget erhöhen und die Kampagne vielleicht auch mal neu anlegen. Manchmal, ganz selten, gibt es auch einen Amazon-Bug, dass eine Kampagne nicht läuft, warum auch immer. Einfach mal neu anlegen. Auch vielleicht mal die Click-Through-Rate-Historie zu einem Keyword angucken. Vielleicht auch mal in den Berichten. Kampagnen laufen insgesamt unprofitabel. Ja. Dann ist die Frage, woran hat es gelegen? Ja, fragt man sich hinterher immer, woran es gelegen hat. Conversion-Rate ist die andere Seite der Sichtbarkeit. Das habe ich schon oft gesagt. Was sind die Ursachen für die schlechte Conversion? Es ist meistens das Produkt. Es ist meistens die Preis-Leistung. Es ist meistens der Fehler im Mehrwert. Es ist meistens ein schlechtes Listing. Es sind meistens schlechte Bewertungen. Und dann wird dein PPC auch nicht funktionieren. Dann hilft die Optimierung nicht in den PPC-Kampagnen, sondern an der Basis. Deines Produktes und deines Vermarktungskonzeptes. Und das ist es eigentlich schon. Also am Ende müsst ihr euch einfach nur überlegen, läuft die Kampagne gut? Alles cool. Dann versuche ich ein bisschen Gebote zu reduzieren und so einen Sweet-Spot zu finden. Laufen die Kampagnen schlecht? Muss ich hinterfragen, warum laufen sie schlecht? Liegt es am Keyword, das nicht passt? Oder liegt es an meinem Gesamtkonzept, was nicht passt? Und so könnt ihr es eigentlich anpassen. Das sind eigentlich nur die zwei Grundgedanken, die ihr haben müsst. Und diese Brille müsst ihr einfach nur auf die PPC-Kampagne legen. Und dann ist es eigentlich auch recht nachvollziehbar, was man machen muss. Und dann muss man es nur noch machen. Und ja, PPC ist wesentlich komplexer und komplizierter, als man denkt. Und man kann auch mehr rausholen, als man denkt. Also die 80% kann jeder selber schaffen. Die letzten 20% schafft man nur mit einem richtigen Experten. Idealerweise mit einer Agentur, die das wirklich Full-Time für dich macht. Und ein Mitarbeiter, der es Full-Time für dich macht. Die Frage ist aber, sind diese 20% Werbeoptimierung der Hebel? Oder ist der Hebel eher, vorher ein so geiles Produkt und Angebot zu erzeugen, dass diese 20% Werbeoptimierung irrelevant sind, weil das Produkt insgesamt einfach richtig, richtig gut läuft, gute Rankings hat, gut gekauft wird, geile Bewertungen bekommt und dieses Flywheel sich immer weiter dreht. Und genau, in diesem Sinne, that's it for PPC. Wenn ihr Begleitung wollt, wenn ihr Unterstützung wollt, dass wir da mal live mit euch zusammen drauf gucken. In eure Kampagnen, wenn ihr die angelegt habt, da haben wir einen 1 zu 1 Launch Call für euch vorbereitet im Startup-Programm, wo ein Seller, der aktiv verkauft, darüber schaut, der Erfahrung hat, der euch sagt, ob das Sinn macht oder nicht, euch einen Plan an die Hand gibt, einen Launch Plan an die Hand gibt, für euch zugeschnittene Feuerprodukte und dementsprechend, wenn ihr Bock auf Begleitung habt, ihr wisst, wo ihr uns findet, aimz-hackers.de und ansonsten bis zur nächsten Folge, macht's gut. Ciao.